Set 6454, die Raketenstartrampe, kam 1999 auf den Markt und gehört zu einem eigenen Weltraumthema. Für knappe 20 Euro gab es damals die 133 Teile inklusive einer Minifigur und einem Asteroiden mit Kristall. Doch das Besondere war ein spezielles Modul, welches an die Light & Sound Module erinnert, welche wir schon einmal an diesem Feuerwehrauto vorgestellt haben. So ist es möglich beim Spielen mit der Rakete die passiven Sounds abzuspielen. Insgesamt gibt es drei Sounds. Die Rakete lässt sich öffnen und der Astronaut herausnehmen. Auch lässt sich die Rakete in drei Stufen zerlegen. An der mittleren Stufe finden sich Solarmodule, welche die Rakete mit Strom versorgen wollen. Auch wenn diese Rakete sicherlich nicht so ausgetüffelt ist wie die Saturn V aus der Ideas Serie, so bietet sie doch durch ihr Soundmodul einen mindestens genauso großen Spielspaß. Vor 18 Jahren zumindest gehörte es auf jeden Fall zu einem meiner absoluten Lieblingssets.